Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute wieder mit einem sehr spannenden Thema. Es geht um den Mutterkuchen, die Plazenta. Wie ernährst du eigentlich dein Kind während der Schwangerschaft? Fast alle Menschen wissen, dass es die Plazenta gibt. Aber was ist das denn eigentlich genau und wie funktioniert das? Und habe ich die Plazenta schon immer als Frau? Oder entwickelt die sich erst, wenn ich schwanger geworden bin? Genau das stimmt nämlich. Du hast quasi in der Schwangerschaft ein neues Organ dazugewonnen. Nicht nur ein Kind dazugewonnen, sondern auch noch ein neues Organ. Und das ist der Mutterkuchen, die Plazenta. Was viele auch nicht wissen, dass die Plazenta jetzt nicht ein rein mütterliches Organ ist, sondern beide Parteien tragen ihren Teil dazu bei. Die Plazenta besteht aus kindlichen Anteilen, also embryonalen Anteilen und mütterlichen Anteilen. Schon hier beginnt die Beziehung Mutter und Kind. Hier wird schon geteilt, nämlich die Plazenta wird sich geteilt. Und auch die Entwicklung der Plazenta besteht, wie gesagt, aus beiden Teilen. Da trägt der Embryo seinen Teil dazu bei und auch die Mutter. Wenn es jetzt zur Befruchtung kommt und die befruchtete Eizelle ist jetzt quasi in der Gebärmutter angekommen und steht jetzt vor der Gebärmutterschleimhautwand, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Einnistung passiert. Und bevor es zur Einnistung kommt und das passiert Monat für Monat bei jeder Periode, entwickelt sich diese Gebärmutterschleimhaut und bereitet sich darauf vor, dass da potenziell sich etwas einpflanzen könnte, dass sich da etwas einnisten könnte. Das heißt, die Schleimhaut, die an dieser Stelle ist, also die Gebärmutterschleimhaut komplett, die wandelt sich einmal um, die macht sich bereit, baut ihr Nest für ein möglichen Embryo. Und genau das passiert nämlich auch, wenn dieser Embryo sich an dieser einen Stelle dann einnistet und einpflanzt, dann verändert sich diese Gebärmutterschleimhaut noch weiter. Das heißt, das saugt sich quasi voller Glykogen, das ist ein Zucker oder voller Fette, damit diese Ernährung von diesem Embryo, der sich da einnistet, erstmal gewährleistet ist. Das ist nämlich der Teil der Mutter, was später zur Plazenta wird, ist genau dieser Teil Gebärmutterschleimhaut, der sich jetzt noch mehr verändert, als es vorher schon war. Und der andere Teil der Plazenta ist quasi ein Teil des Embryos. Den muss man sich vielleicht mal so als Kugel vorstellen, ganz salopp gesagt, weil sonst wird es schwierig, das sich vorstellen zu können. Und diese Kugel teilt man einmal in der Mitte und der eine Teil wird vielleicht zur Plazenta und der andere Teil wird dann zum Embryo, also später zu diesem Menschen. Das ist total grob formuliert und grob, um es sich vorzustellen. Das ist natürlich viel, viel extremer, was da alles auf der molekularen Ebene passiert, aber vielleicht kann man es sich so ganz gut bildlich vorstellen. Ein Teil der Plazenta ist also mütterliche Gebärmutterschleimhaut, der andere Teil der Plazenta ist dieser Embryo, der vorne einen Teil hat, der sich jetzt auch zur Plazenta entwickelt. Es sind also schon mal so die groben Basics erklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, ab wann kann denn die Mutter oder ab wann ernährt die Mutter denn eigentlich über die Plazenta das Kind? Denn das ist ja am Anfang noch gar nicht gewährleistet. Wir hatten gerade diesen kugeligen Embryo, der da vor der Gebärmutterschleimhaut steht. Der hat also fast noch gar nichts zu tun mit der Mutter an sich oder mit dem mütterlichen Kreislauf. Das passiert auch tatsächlich erst nach zwölf Tagen ungefähr, dass dieser Embryo, der sich jetzt in die Gebärmutterschleimhaut hier hineinfrisst, irgendwann mütterliche Gefäße trifft, die er öffnet und erst dann gibt es quasi diesen Austausch zwischen mütterlichen Gefäßen und kindlichen Gefäßen. Vorher machen das alles die lieben Schwangerschaftshormone, die jetzt ganz fleißig am Arbeiten sind, damit dieser Embryo, der da entwickelt wird, auch weiter ernährt werden kann. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, dass dieser Embryo sich in die Gebärmutterschleimhaut hineinfrisst und dann irgendwann auf mütterliche Gefäße trifft. Das sind so ganz viele kleine Spiralarterien, die natürlich auch zu jeder Periode alle vier Wochen sich einmal aufbauen. Ganz, ganz viele werden ganz verzweigt werden, dass, falls sich da was einlistet, sofort gewährleistet ist, dass der Embryo auch gut versorgt ist. Und irgendwann, die sitzen also so in der Gebärmutterschleimhaut drin, salopp gesagt, und dann kommt dieser Embryo und irgendwann trifft er die. Und schon kommt es zur Eröffnung mütterlicher Gefäße und auch da haben viele Frauen eine Einlistungsblutung. Und das ist nämlich das Prinzip, dadurch, dass hier Gefäße eröffnet werden, kann natürlich auch ein bisschen was von dem Blut, was da dann jetzt eröffnet wird, hinunterfließen. Und zwar in die Scheide und morgens erschreckt man sich, weil man hat den positiven Schwangerschaftstest zum Beispiel und hat morgens jetzt eine Blutung gehabt, die schon ein bisschen stärker war und erschreckt man sich extrem davor und hat das Gefühl, jetzt hat man leider eine Fehlgeburt erlitten. Dabei kann es ganz normale Einlistungsblutung gewesen sein, die genau diesem Prinzip folgt, dass dieser Embryo mütterliche Gefäße eröffnet hat. So, und das Ganze ist am Anfang noch ganz rudimentär. Da sind so ein paar Gefäße eröffnet, ein paar noch nicht. Das muss sich jetzt alles erstmal entwickeln und herausbilden, bis schließlich diese ganzen Gefäße eröffnet sind und sich quasi ein See voller mütterlichem Blut bildet. Das muss man sich wirklich so vorstellen wie eine Schale. Hier unten kommen diese ganzen Gefäße an, die wir gerade beschrieben haben und die speisen jetzt hier so einen See und der ist hier oben auch abgeschlossen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Denn auf mikroskopischer Ebene ist das viel verzwackter, aber um es leicht zu gestalten, stellen wir uns jetzt einfach mal einen See voller mütterlichem Blut vor. Und jetzt kommt nämlich der Clou, wie das die Evolution geschafft hat, dass aus diesem mütterlichen See, wo immer frisches Blut jetzt gespeist wird, das Kind oder das Säugetier, was auch immer, sich jetzt davon ernähren kann. Denn man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man sich jetzt mal im Herbst oder im Winter, wie wir es jetzt gerade haben, einen kahlen Baum vorstellt, also oben mit diesen ganzen verzweigten Ästen. Und der Baumstamm ist die Nabelschnur, ganz salopp, da komme ich gleich noch zu. Und diese ganzen verzweigten Äste sind also die ganzen Enden einer Nabelschnur. Wenn man diesen Baum jetzt einmal umdreht mit den Ästen nach unten und den einmal in diesen See reintaucht, dann hat man nämlich genauso ungefähr das Prinzip von einer Plazenta und auch der Nabelschnur. Denn der Baumstamm und diese Verästelung, das sind jetzt die kindlichen Gefäße und die tauchen in diesen Blutsee der Mutter ein. Und das Witzige daran ist, es tritt kein rotes Blutkörperchen von der Mutter auf das Kind über oder andersrum. Die haben keine Verbindung. Da besteht keine Verbindung zwischen Gefäßen der Mutter und des Kindes, sondern das passiert alles nur über Nähe. Das heißt, ein mütterliches Gefäß oder mütterliches Blut ist in der Nähe von kindlichem Gefäßblut, was wir da durch diesen umgekehrten Baum reingesteckt haben. Und diese leichte Verästelung ist ja direkt in dem Blut drin. Und da ist es jetzt nicht so, dass da irgendwelche Blutkörperchen oder irgendwelche anderen größeren Stoffe hier rüber gleiten, sondern es ist wirklich so, dass da auf molekularer Ebene Stoffe ausgetauscht werden. Sauerstoff, CO2, auch Vitamine, Antikörper, all das, ein paar Antikörper nur, nicht alle, all das kann jetzt da zum Austausch kommen. Und so gibt der Embryo Stoffe ab, die er nicht mehr braucht, zum Beispiel mal CO2, und nimmt Stoffe auf, die er braucht, O2, Sauerstoff zum Beispiel. Das Ganze unterscheidet jetzt nicht zwischen gut und schlecht. Also die Mutter kann jetzt nicht, oder diese Plazenta kann jetzt nicht sagen, okay, das sind gute Stoffe und das sind schlechte Stoffe, deswegen kommen die einen durch, die anderen nicht. Das geht leider nicht. Es liegt nämlich an dem Molekülgröße. Je größer so ein Molekül ist, desto schwieriger kommt es durch diese Plazenta-Schranke. So heißt das Ganze nämlich. Das ist also nichts anderes als eine ganz, ganz, ganz minimal kleine Zellschicht. Da rauscht das mütterliche Gefäßblut vorbei, da rauscht das kindliche Gefäß vorbei, und dazwischen ist also ein Austausch. Und der Körper kann leider nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht, sondern nur zwischen der Größe. Deswegen können auch schädliche Stoffe wie Nikotin oder Alkohol da super durch diese Plazenta-Schranke durch und dem Kind Schaden zufügen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Stoffe, die zum Beispiel zurückgehalten werden. Zum Beispiel, wenn die Mutter eine ganz frische Infektion macht, dann bildet die Antikörper aus, die leider als frische Infektion nicht diese Plazenta-Schranke überwinden können und so das Kind schützen könnten. Aber alte, durchgemachte Infektionen, und das ist genau das Prinzip von Impfungen, man suggeriert dem mütterlichen Körper nämlich einfach, er war eine Infektion, die bildet andere Antikörper, die können aber dadurch, und das ist genau der Punkt, warum man dort solche Impfungen zum Beispiel anbietet oder macht, oder warum man auch sagt, es ist gar nicht so schlecht, wenn die Mutter ihre Antikörper dann über das Blut dort abgibt. Das ist also so das grobe Prinzip des Stoffaustausches zwischen Mutter und Kind, zugegeben. Das ist ein bisschen schwer sich vorzustellen. Ich hoffe, mit diesem Beispiel, dieses umgedrehten Baums in dem Blutzee der Mutter, kann man sich das so einigermaßen vorstellen. Und ein absoluter Fakt zu wissen ist auch, dass dieses Organ, was da entstanden ist, wirklich ein neu entstandenes Organ ist, dass das nicht die ganze Zeit da ist und dass das nach der Geburt, das weiß glaube ich auch fast jede Frau, natürlich wieder ausgestoßen wird. Die Plazenta muss auch geboren werden. Dann erst kommen auch die Geburtshelfer zu euch und sagen, herzlichen Glückwunsch zur Geburt, weil erst die muss auch auf die Welt gebracht werden. Kommen wir als nächstes mal zu so ein paar Plazenta-Facts, möchte ich fast sagen. Wie groß, wie schwer, was für eine Aufgabe hat so die Plazenta eigentlich? Und da gebe ich ein paar Antworten. So eine Plazenta ist natürlich je nach Schwangerschaftsalter ein bisschen kleiner oder auch relativ groß und auch von der Größe des Kindes ist es abhängig. Wenn da jetzt ein wirklich sehr, sehr schwerer Brocken im Bauch ist, ist auch die Plazenta entsprechend größer. Wenn es ein sehr, sehr kleines Mäuschen im Bauch ist, dann ist die Plazenta eben auch kleiner. Im Schnitt sind das wirklich so ungefähr 20 Zentimeter. Man kann sich das vorstellen wie so eine kleine Pizza vielleicht. Ungefähr in der Größe. Das ist eine rundliche Form. Das heißt, so eine Plazenta sieht wirklich tatsächlich sehr, sehr rund aus und ist ungefähr drei, manchmal auch vier Zentimeter in der Dicke. Das heißt, es ist wirklich so ein relativ dickes, scheibenförmiges Organ. Und wenn man sich überlegt, wie groß die ist, habe ich eben schon gesagt, das ist auch so ein bisschen abhängig von der Schwangerschaft, ist auch das Gewicht abhängig davon. Ein sehr, sehr dickes oder schweres Kind hat auch ein etwas schwerere Plazenta. Das ist ganz logisch. Im Mittel kann man sagen, so ungefähr 500 Gramm wiegt so eine Plazenta schon. Und was ich wirklich am Beeindruckenden finde, dass 500 bis 750 Milliliter pro Minute mütterlichen Bluts dort verarbeitet werden. Also das ist fast ein Liter pro Minute. Und wenn man sich überlegt, so eine Frau mittleren Alters, mittlerer Größe, hat so ungefähr fünf Liter Blut in sich, im ganzen Körper, ist das schon eine wahnsinnige Menge Blut, die da in der Plazenta verarbeitet wird. Das ist natürlich auch der Grund, warum viele sich in der Schwangerschaft auch sehr, sehr müde fühlen. Weil da natürlich auch etwas angezapft wird, was vorher nicht so war. Und da muss sich so ein Körper auch erst darauf einstellen. Wie sieht jetzt eigentlich so eine Plazenta aus? Da gibt es nämlich Unterschiede, vor allem vom mütterlichen Teil, der also der Gebärmutter-Schleimhaut zugewandt ist, und auch dem kindlichen Teil, wo der Nabelschnuransatz sitzt. Da gibt es wirklich Unterschiede, auch rein optische Unterschiede. Blende ich euch hier mal ein Bild ein. Wenn man sich jetzt mal anschaut, der kindliche Teil zum Beispiel mit dem Nabelschnuransatz, da sieht man auch diese ganzen Gefäße, die da so rechts und links in die Peripherie wabern. Und da sieht man auch ganz genau, wie die immer wieder abtauchen, diese Gefäße, und eben in diese Lakune des mütterlichen Bluts immer eintauchen. Das kann man auch schematisch ganz gut darstellen. Wie das Ganze aussieht, vielleicht kann man sich dann noch ein bisschen leichter vorstellen, wie auch der Stoffaustausch funktioniert. Ja, und der mütterliche Anteil, der also der Gebärmutterschleimhaut ansitzt, oder auch der Gebärmutterschleimhaut entspricht oder entsprungen ist, da gibt es das sogenannte Cotylydone. Das sind so kleine Felder, und die sind wirklich auch ein Interessenspunkt nach der Geburt. Die gucken wir uns nämlich ganz genau an, denn hier kann man relativ gut erkennen, ob es da zu Rückständen von der Plazenta gekommen ist bei der Geburt. Solche Cotylydone können auch mal abreißen, und dann sieht man relativ schön, dass da ein Stückchen fehlt. Ja, und wenn das nicht irgendwie anderweitig rausgekommen ist, und man per Ultraschall das auch noch vielleicht zurückgeblieben in der Gebärmutter sieht, das ist etwas, was wir als Geburtshelfer nicht gerne sehen wollen. Das kann erstens verstärkt bluten, zweitens heißt das für die Frau, dass da noch eine Ausschabung gemacht werden müsste. Das ist also gar nicht so unwesentlich, nicht nur nice to know, sondern auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir die Cotylydone uns einmal ganz genau anschauen. Welche Funktion hat jetzt eigentlich so eine Plazenta, und da habe ich, glaube ich, am Anfang schon die wichtigste Funktion vorweggenommen, das ist der Stoffaustausch mit dem Kind, also die Ernährung deines Kindes. Die Stoffwechselprodukte oder auch Abbauprodukte werden auf dich dann übertragen. Du musst sie verwerten, indem du die CO2-Gase zum Beispiel abatmen kannst, und O2-Sauerstoff aufnehmen kannst, das überträgst du dann wieder auf das Kind. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, nicht alle Stoffe sind gut, die aufs Kind übertragen werden können, nicht alle sind schlecht. Und da gibt es ganz spezielle Mechanismen, wie das Ganze funktioniert. Kleinere Stoffe, wie zum Beispiel Sauerstoff oder auch die anderen Gase, CO2 etc., die können durch einfache Division quasi auf das Kind übertragen werden. Andere größere Moleküle, Zucker zum Beispiel, die brauchen schon ein bisschen aktiveren Transport. Und da gibt es noch ganz spezielle Vitamine, zum Beispiel fettlösliche Vitamine. Darunter zählt auch das Vitamin K. Davon werdet ihr noch hören, wenn das Kind geboren ist. Denn die werden auch nicht gut auf das Kind übertragen. Und deswegen muss es nach der Geburt Vitamin K zugeführt bekommen. Das ist ganz wichtig, auch für das Gerinnungssystem des Kindes. Also nicht alles, was schlecht ist, wird auf das Kind übertragen. Nicht alles, was gut ist, wird auf das Kind übertragen. Da gibt es ganz spezielle Mechanismen. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Nestschutz gehört. Das ist quasi das Immunsystem. Der Mutter wird zum Teil auf das Kind übertragen. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Es gibt Antikörper, die können über diese Plazentaschranke drüber gehen. Das heißt, durchgemachte Infektionen der Mutter, wo der Körper der Mutter sich schon darauf eingestellt hat, der geht direkt einmal über auf das Kind, sodass das Kind quasi schon von der Mutter Antikörper erhält für Krankheiten, die es noch gar nicht hatte. Andere Antikörper werden nicht übertragen. Das sind vor allen Dingen akute Erkrankungen. Aber so ein Nestschutz ist ganz, ganz wichtig. Und je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, das heißt, je älter dein Kind auch im Bauch wird, desto besser ist der Nestschutz, desto mehr Antikörper werden auf das Kind übertragen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Frühgeborene ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, weil da einfach das Immunsystem noch nicht so ausgeprägt ist. Das ist die eine Funktion der Plazenta. Die nächste Funktion ist quasi eine Hormonproduktion. Sobald du schwanger bist, fängt dein Körper schon an, Schwangerschaftshormone zu bilden und auch die Plazenta übernimmt später quasi die Funktion der Hormonproduktion. Da gibt es diese klassischen Schwangerschaftshormone, wie zum Beispiel dieses Beta-HCG, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, oder auch Östrogen, Progesteron und weitere, werden einfach durch die Plazenta gebildet. Die Funktion dieser Hormone ist einfach, dass diese Schwangerschaft nicht abgestoßen wird, dass du deine Periode nicht bekommst und diese Schwangerschaft ausstößt, dass deine Brustdrüsen sich vorbereiten, dass da jetzt ein Kind heranreift, dass dein Gebärmutterschleim ein bisschen dicker wird, dass da keine Infektionen aufsteigen etc. Da gibt es ganz, ganz viele Hormone mit ganz vielen Funktionen, die ich jetzt nicht im Weiteren auflisten möchte. Aber das ist auch eine ganz, ganz wichtige und meist unterschätzte Funktion der Plazenta. Okay, das war das Thema Plazenta. Wenn es dir gefallen hat, lass mich es doch bitte wissen mit einem Daumen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Lass mir bitte auch Kommentare da, fragt Fragen, vielleicht nehme ich welche auf und bespreche sie dann in einem Video. Kannst auch mal bei Facebook und Instagram vorbeischauen, da poste ich mir manchmal ein paar Insider aus dem Leben eines Kynäkologen. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ich wünsche viel Spaß beim Kinderkriegen und beim Weiterbrüten. Bis bald. Ciao. Bis bald.